Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Abend, mein Damen, ich heiße Colin Heckner und ich komme aus Schweden! Aber ich wohne in Ikea und meine Eltern haben mich zusammengesetzt mit einem Imbus Es fehlt immer ein paar Schrauben Aber das ist gut so Ich liebe auch Zauberei I love magic, you wanna see magic? Ja Erinnern Sie sich an Uri Geller Die Gedankenleser Er könnte nur mit Gedanken einen großen Löffel verbiegeln Nur mit Aaaaaah Ja, wie modernere Gedankenleser macht das nicht Wir nehmen nur eine Coca-Cola Und Aaaaaah Ja, ich bin wirklich gut Ja, ich bin wirklich gut Das hier ist mein neue Mobiltelefon von Schweden Das hier ist ein Ericsson Aber es ist speziell Oh, guck mal! Oh, hotline! Äh 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 Das hier ist spitze. Ich bekomme besser. Die kleine Version verschwindet. Und in Schweden sagt es bortrollade blomman. Ich sage in Schwedisch Huxflux Electrolux. Nein. I must be a mad person. I'm crazy. What am I doing? Warum? Was ist das? Es muss habe eine logische Erklärung. Verklärung. Warum? Ikea. hacking hack 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 Vielen Dank.